so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute testen wir mal keines card 1 sortiment und das nennt sich tornado ist eine pyro box ein kleines sammelsorium an verschiedenen card 1 effekten das ganze ist von geisha und hinten ist das auch noch mal schön aufgelistet was alles drin enthalten ist so ich würde sagen wir fangen wir mit der ersten variante an so die nächste variante nehmen wir mal purple lights das sah hier aus als also wenn das irgendwie feuerzeug steine sind weiß diese hier feuersteine na gut zünden wir mal weiter und zwar den artikel breit peony von geisha feier hätte ab steht da sind ja der nächste artikel wäre dann superglitter die superglitter kontäne das wieso ein bisschen husten so weißt wenn das ausstoßes die beiden zuschauer die zu uns gestoßen sind sind hinten jetzt immer den artikel pink palms und hyper lights klar na dann feuerfrei jungs erinnert mich ein bisschen an die black box die war doch für cut 1 echt cool also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet also blaue bengal war es ja ja also für cut 1 sind die echt topisch die nächsten beiden artikel purple stars und red waves das sind die punkte basis ne ja wir haben alle ne bengal war es ist cool so jetzt der nächste artikel ja auch wenn ne bengal war es genau der nächste artikel sieht aus wie eine kleine bengal pyro frame pyro flame steht drauf schauen wir mal was die können ich meine das haben wir schon besser gesehen da gibt es ja so viele brenndauer ist für die größe wirklich mickrig aber dafür hat er es gut gehalten das sah total sexy aus ganz romantisch so was sind das denn natürlich hier haben wir noch mal magic lights ich gehe davon aus dass es wunderkerzen sind das ist der letzte artikel aus dem tornado oder aus der tornado pyro box das ballert im hintergrund das ist ein feinchen ne naja naja auf jeden fall nice auf jeden fall schön hell ne auf jeden fall also besser als die großen guck mal an wie die aussprühen und schneller und schneller ja das war der letzte artikel aus dem tornado pyro box sortiment ich hoffe euch hat das video gefallen und ich hoffe ihr beiden hattet auch spaß ja wir sehen uns beim nächsten video wieder haut rein euer planet vor allem mit in 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 Untertitelung des ZDF, 2020